Zusammengestellt und das ist ein Fitnessplan für zuhause und optimal super. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Bevor wir zum Trainieren gehen, zeige ich euch erst einmal, wie die künstliche Intelligenz, KI, den Trainingsplan mir erstellt hat. Dann nehme ich euch gerne direkt mit. Ich habe auch eine Instagram-Umfrage verkürzen gestellt. Deswegen musste ich auch mein Video neu bearbeiten. Also, alright, starten wir. Jetzt tue ich kurz meinen Bildschirm teilen, dann seht ihr jetzt alles. Alles klar. Gut. Ihr geht auf ganz normal Google. Jetzt gibt ihr einfach ein Chat. G-P-T So, das ist das. Dann kommt ihr auf die Seite. Open Eye in Drag. Yes! Okay, starten wir mit dem Video. Erstmal vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast auf meinem Kanal über Sport, Fitness, Bewusstsein und so weiter. Dankeschön. Jetzt starten wir einfach mal ein bisschen Trainingsplan, das ich jetzt für mich zuhause erstellt habe. Irgendwann werde ich wieder ins Gym gehen. Mal sehen. Ich habe schon wieder mal richtig Bock drauf. Aber jetzt nochmal ein Trainingsplan für zuhause. Ich blende sie oben ein. Und unten verlinke ich den Plan. Die Übung kennt man. Und wir starten ganz einfach mit einer guten Musik. Und mit Aufwärmen. Ganz normales Aufwärmen. Ihr könnt gerne machen, was ihr wollt, was euch den Körper gut tut. Was Zeitfrei entscheidet. Ich starte jetzt einfach mal mit kurz, locker laufen. So, jetzt gleich ein bisschen schneller. Einfach ein bisschen in die Höhe zu nachhüpfen. Atme nicht vergessen. So. So. Mach mal ganz normales. Brust dehnen. Mal schränkt. Mal richtig fest draufhauen. Das fördert die Durchblutung. Und die Hände sind gleich viel wärmer. Auch eine geile Möglichkeit. Let's go. So. Kurz ein bisschen kreisen. Und rückwärts. Und rückwärts. So. Yes. Schon mal ziemlich warm. Puls ist auch schon wieder aufgeregt. Angeregt. So. Jetzt kurz ein bisschen bringen. Jetzt nehmen wir uns kurz an der Zeit. Einfach ein bisschen kurz dienen. So. Jetzt nehmen wir uns kurz an der Zeit. Einfach ein bisschen kurz dienen. Das war's schon. 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 éssak. Das war's schon. Das war's schon لات. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020